hallo und wieder recht herzlich willkommen zu einem let's play mit den fallout legends gestern haben wir ja die gasfabrik gefunden und heute wollen wir diese eindringen heute an meiner seite wieder der amomuro nabend harry hako und ich wollte gerade mal auf ihn sagen hier habe ich auch der boss voltboy dabei wir sind dabei das gelände zu inspizieren und einen weg zu finden wie wir reinkommen wir müssen eigentlich bis zur brücke vor oder wir können hier unten runter gehen aber ich weiß es jetzt gar nicht aber kann hier runter ist nicht abgesichert ja kommen wir dann dadurch sehe du ich ach so ja da war gut dann passt ein bisschen oben habe ich habe nachher nur eine ganz fiese idee marvin harry alle beide sie sage ich euch nachher weil ich noch ein paar mehr aufnahmen braucht ja quince wir nehmen nachher noch mit ihr zwei aufnahmen auf achtung siehst du ich hab's gewusst was ist draußen zwei lupen und natürlich wird die ganze helde zu genauer hat auch naja so einfach machen wir uns das nicht ich höre schon wieder die krappen knacken mir diese kleinen die roboter spinnen schon wieder verdammt eine nase juckt verdammt meine nase juckt hier ist irgendwo ein lupensymbol da hinten muss ich irgendwas zwei dinge muss dahin untersuchen hier sind oft daran erst mal erzähl was war das so eine mp kurke wir wollten das zusammen erkunden also nicht alle vereinzelt durchs gebiet laufen bleibt man hier bei ammo ich bin der ammo nämlich ich gehe mit ammo wir ziehen stück für stück nicht alle hier durch die gegend rennen bitte das team hier euer präsident ruft euch hier ist wie geht das mit den mit dem symbolen ammo was ist im brunnen hast du muss ich drücken wenn ich ein symbol drücken will symbol na du weißt doch schon hier fertigkeiten blog emojis c gedrückt und dann irgendwas auswählen ach so dokumente gewonnen hast gefunden ja ja du suche die lager kann sie nur feiern aber bist du oben oder wo bist du nichts passiert aber bist du raus oder wie ich bin noch hier ist noch oben gegangen da ist leider ist aber nichts alles klar ich höre gerade da war ich schon oben so dann alles hier ich habe hier zwei lupen in der zwei suchsymbole praktisch in dieser lagerhalle aber da müssen wir anders reingehen hier sicher so mittlerer zumindest hier irgendwo in der nähe hier habe ich auf dem tisch was ja und taschenrechner netten tonband da drüben ist nix da drüben ist ein großer da hinten rechts von uns ist auch so ein zwei beinern zwei zwei beiner ja das ist ein großer dahinter gut safe aber hin ja gut money einsammeln und autobatterien genau so weit macht ok safe hat sich noch einer verkrochen ich habe noch ein symbol ein suchsymbol habe ich da hinten noch da muss man es auch wieder so am ok ich gehe durch die kisten durch auf der anderen seite ist es ja da ist noch ein großer gewesen auf der anderen seite den habe ich ja schon hinter der halle ist noch ein ganz großer da drüben ist auch das symbol was ich suche oft in der anderen halle da drüben hinter dem hafenbecken so passt auch auf die behälter hier wenn ihr darauf schießen ja dann hat sich das geerdet einer vor dem was ich darf uns ja mich hat so beschrieben was ist das ganz ruhig leider große schön hier bleiben ganz großer ganz groß wartet wo sind wir da das hat sich geerdet das thema wo ist denn der wo ist denn der habt ihr den aufwändig machen können ich schleich mal auf der schwerste um die ecke schießt er sozusagen habe ich gerade gesehen ja wo ist denn der der kann man doch gar nicht sehen die wissen aber im roben wo sie lang gelaufen bist auch verdammt ich glaube die wissen jetzt wo wir sind achten achten Zwei Stück sind da. Ammo, du bist auf der anderen Seite? Ja, ich bin rübergeschlichen, weil sonst hätten wir alle auf einem Fleck gewesen. Boah, schau mal. Ammo, die können übrigens schnell laufen. Ja, wenn die keine Waffen mehr haben. Genau. Na, ist der Blöde. Wo ist denn der? Na ja, der ist auf mich zugerannt. Ich stand in der Scheune, weil die kommen da nicht rein. Ist auch so ein Benzintank getreten, ringsherum überall, wo die Gastanks standen, sind explodiert und der ist einfach draufgekommen. Boah, ich kann über den nicht rüber schießen, dass es ein Mist ist. Ich konnte über Marvin nicht rüber schießen, eben. Sorry. Setz mal ein Funkgerät. Ja, mache ich. Habe ich. Ja, Gott, das ist ja. So, wie rum, worum, wo guckt der jetzt hin? Das ist... Ah. Funkgerät gesetzt. Wir müssen eh hier hin, oder? Ne, der ist noch nicht kaputt. Der trampelt da hinten noch längs. Geht das mehr rum. Ich muss erst mal meine Sanitätspäckchen wieder neu drapieren hier. Pass auf, da hinter dir in dem Container müssen welche sein. Es sind noch prozentige Spindern, irgendwo. Das ist nämlich hier. Sind das zwischen den Portion? Harry, pass auf, ja. Das ist ja, pass auf. Ich bin jetzt breit, ich hab's erwischt. Ah, so rennt er hier rum, Harry. Ich bin lieber, ich bin. Ja. Find und zerstört die gelagert und Spendstoffzellen-Tanks. Giftgas, toll, das hört sich sehr gut an. Giftgas-Vorräder und... Das ist richtig, oh ja, und diese Tanks sind auch sehr richtig aufmunternd. Äh, äh... Ich weiß nicht, dass hier noch was ist. Ist nicht wahr, ob ich hier noch was ist. Ich weiß nicht, ob ich hier noch was ist. Ich weiß nicht, ob ich hier noch was ist. jetzt müssen wir da hinten hin das ist nicht gut den dicken holen wir uns gleich naja keine Panik der wartet auf uns in der Scheune hier doch nicht ach du scheiße ich höre was glaub ich habe ein Schüssel Achtung! Diese Mistbieste! Alles gut, Harry. Hm. Das ist ein Braum, wo geht man denn her? Ich werde im Spiel nie weit sein. Hier hinten geht's rein. Ja. Vorsicht. Achtung, Leute. Passt auf. Lasst euch auf nichts ein hier. Keine Geschäfte machen. Bei den Robotern. Hier ist das okay. Riesiger Flughafenbunkel hier. Das erwartet wieder. Scheiße. Boah. Oh, weg da. Geh ich weg da, das ist knallt. Oh, alle auf einmal durchgefettet hier, ne? Geh der weg. Und schmeiß mir eine Granade rein oder irgendwas. Das weiß ich nicht. Jawohl. Das war's, glaube ich. Super. Boah. Wenn der drin steht, ist der Gäste, kriegst du gar nicht schlafen. Der hat sich versteckt da hinten. 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 Deswegen sage ich ja. Passt auf. Der hat sich versteckt da hinten. Jetzt müssen wir mehr abbrechen. Danke sehr. Mhm. Ein Gasmaske aufsetzen. Hier ist Gift drin. Alles klar. Gasmaske. Ah, was haben wir denn hier? Merde. Oh. Neue Mission. Oh, neue Mission. Boah, Ali vergift. Also lass uns verfliegen. Ich kann nichts mehr verfliegen. Geht weg. Das ist Giftgas. Puftiger. Ja, Vogelstimmen hier drin, logisch. Die Gasmasse ist aber ein bisschen undicht, finde ich, ne? Eigentlich schon, ja. So, jetzt haben wir hier alles raus, ja, ne? Toll, geil. Wer hat denn das gemacht hier? Nee, das, das geht, das geht nur über den Spencer, der irgendwo hier ist. Nee, das geht immer, aber hier ist ein gutes Ding. Nee, hier unten ist, das ist wahrscheinlich ne Druckplatte, so wie es hier aussieht. Ne, dort nen Scanner. Boah, schön. Okay. So. Hier kann man sich wahrscheinlich noch übergehen. Kann ja die Questie machen, nicht allein, die ist ein paar hundert Meter von hier. Ja. Ja. Oder dann können wir die Gasmasse wieder abnehmen, ja? Nicht allein, ne? Doch, geh mal dazu. Mann, war das da in Gestank drin, ne Ammo? Statt nach Gülle. Ja. Ja, hoch. Ja, hoch. Nicht allein. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Ist aber ganz schön steil hier, ne? Ja. Nicht allein, ne? Das war das Wasser. Doch, nicht allein. Oh, oh. Ist immer sehr. Echt geil hier. Ja, ja. Ich glaube, es ist seitlich, glaube ich, sie müsste gehen. Wohl, doch, geht. Ich bin ja oben. Ich bin ja oben. So, Achtung, aufpassen. Wir haben Marvin verloren. Marvin! Ich komme. Wo bist du, Junge? Oh nein! Wie weit bist du zurück? Hä? Wo seid ihr, bitte? Draußen. Da ist ein Bunker rausgegangen. Aber irgendwo rausgegangen. Oh nein. Oh, da ist aber steil hier, Ammo. Das hätte man nie unbedingt machen. Oh, oh. Okay, ne. Nur da gehen. Ich glaube, es ist gerade so überlebt, sag ich mal. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist aber auch echt. Das ist aber auch echt. Das ist aber auch echt. Achtung. Ich werde deinen Channel betreten. Ich werde deinen Channel betreten. Achtung. Achtung. Das ist so. Ja. Oh. Herzlich willkommen im Let's Play. Ah. 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 Komm gleich. Ah ja. Das war... Nicht allein. Ach. , Österturm! Ah. Ah. Ist doch... Ah. So ein Laptop habe ich auch mal besessen, So ein Notebook nannte sich das. ok was sehen meine natur trüben ja rote fingernägel die brauche ich unbedingt das ist ganz dringend ja kannst du hier finden bei mir der gleiche fehler wie beim armo ich habe die rakete gefunden ja ja schon panik wartet leute wir sind noch nicht so weit geht gleich los gut munition die kann ich auch mitnehmen achtung attention please die gasfabrik haben wir eingenommen und dann würde ich sagen das ist leider schon wieder gewesen ist leute recht herzlichen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal eure fallout legends und euer quincy 6860 von der riesen truppe der fallout legends also ciao und tschüss bye bye